Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht dabei seit letzter Schluss. Ja, heute geht es darum, wie ihr Mailinglisten von dem alten GNU Mailman 2 auf Version 3 umziehen könnt. Vor dem Problem oder vielmehr der Aufgabe stand ich, als ich die Mailinglisten für die Kilo Open Source und Linux Tage umziehen musste. Und ja, ein paar Sachen habe ich falsch gemacht. Ich habe nachher herausgefunden, woran es gelegen hat. Hat mich wieder Zeit gekostet und wenn ihr euch die Zeit sparen wollt mit eigenen Fehlschlägen, dann könnt ihr euch dieses Video angucken. Und ich habe natürlich auch wieder ein Skript vorbereitet, was euch eine Menge abnimmt. Ja, erstmal bevor wir jetzt überhaupt anfangen mit dem Umziehen von Mailinglisten, ganz wichtig erstmal ein Backup machen. Ihr solltet natürlich sowieso regelmäßig Backups machen, aber jetzt ist quasi ein guter Zeitpunkt, nochmal ein Backup zu machen, bevor es eben mit dem Migrieren losgeht. Ihr könnt, wenn ihr eine virtuelle Maschine da verwendet, wo euer Mailinglisten-Server drauf ist, dass ihr da einfach einen Snapshot von macht, sodass ihr es relativ einfach wieder zurücksetzen könnt, wenn ihr da irgendwie ein Problem mit habt. Bevor man jetzt die Mailinglisten umziehen kann, braucht man erstmal eine GNU Mailman 3 Installation auf dem eigenen Server. Wir haben jetzt quasi den Datenbestand von dem Mailman 2 auf derselben Maschine und Mailman 3 die Software schon richtig installiert und konfiguriert. Und der Mail-Server, über den ja Mails von draußen entgegengenommen werden sollen oder über den eben Mails von dieser Mailingliste verschickt werden sollen, das Ganze muss eben auch vorher installiert und konfiguriert sein. Probiert das einfach mal durch, legt vielleicht mal eine Test-Mailingliste in dem neuen Mailman 3 an und schickt da einfach mal ein paar Mails drüber und guckt, ob das alles soweit klappt. Und wenn das alles gut aussieht, dann könnt ihr mit dem restlichen Teil weitermachen. Die Mailman 2 Installation, die wir für unsere Kieler Open Source und Linux Tage hatten, die ist so ein bisschen auch in die Jahre gekommen. Von daher weiß ich nicht, ob diese ganzen Konfigurationseinstellungen, die da drin sind, auch bei anderen Installationen so drin sind oder ob das eben über diese lange Zeit da drin gelandet ist. Und das ist eben nicht Standard. Dinge, die ich jedenfalls gefunden habe aus Mailman 2 Zeiten, das sind Zeilen, die in der ETC-Aliasis drin stehen. Da waren verschiedene Regeln drin, was wohin fließen soll. Die habe ich jetzt erstmal alle auskommentiert und über dieses Mailman-Aliasis einfach neu so eine Tabelle generiert, damit diese alten Zeilen, die ja so Filterregeln haben, was von A nach B fließen soll, dass die eben nicht mehr gültig sind. Und hinterher habe ich eben den Postfix einmal neu gestartet. Das ist der SMTP-Server und danach bin ich quasi da mit so einem sauberen Stand. Aber das müsst ihr selbst gucken, wie das bei eurer Installation ist. Vielleicht habt ihr es überhaupt nicht oder ihr habt es drin. Also von daher auskommentieren und Postfix neu starten. Ja, bei dem Umziehen von Mailman 2 auf Mailman 3 kann man eine Menge falsch machen. Also einige Sachen habe ich eben auch falsch gemacht. Ich war sehr ordentlich oder meinte ich, da gibt es so eine Beispiel-Domain-Example.com, die da eingetragen ist in den Mailman 3. Ich dachte, naja gut, das ist ja total blöd. Ich habe ja eine eigene Domain, die lösche ich jetzt einfach mal. Danach ist Mailman 3, aber in so einem Zustand, wo es Fehlermeldungen hagelt, wo es nicht mehr richtig funktioniert. Man kriegt das auch wieder hingebogen. Also von daher meine Empfehlung, nicht nachmachen. Mach das nicht nach. Also lasst diese Domain da drin, die stört nicht. Und genauso wie ich dachte, naja, ich kann hier Mailinglisten als Root-Benutzer anlegen. Das kann man auch. Das sieht auch erstmal gut aus. Das klappt auch prinzipiell. Soweit bis zu einem gewissen Grad. Und dann hat man nachher Probleme mit Verzeichnisrechten. Und macht das also auch nicht. Verwendet also den Mailinglisten-Benutzer, der unter dem dbn11 zum Beispiel einfach List heißt. Das habe ich in meinem Skript auch so gemacht, dass das dann eben auch diesen Benutzer List verwendet. Auch wenn das Skript letztendlich mit Root-Rechten gestartet wird, aber in den Fällen, wo der List-Benutzer benutzt werden soll, wird der eben auch über Sudo verwendet. Ja, und wenn man das Ganze irgendwie kaputt gespielt haben sollte, kann man das Ganze eben auch wieder rückgängig machen. Ja, man kann jetzt mit APT und dem Befehl Purge zum einen die Pakete und auch die Konfigurationen zu einem größeren Teil einfach entfernen. Da kommt eben diese Liste mit den Paketen und die werden dann entfernt. Und Konfigurationen, die über APT eingerichtet wurden, die werden auch wieder entfernt. Und es bleiben so ein paar Reste noch nach. Also unter den Verzeichnissen hier, da können Reste nachbleiben. Und damit ihr die einfach loswerdet, macht ihr halt RM, also für Remove und minus R, Rekursiv. Also alle Unterverzeichnisse, die kommen dann eben auch noch weg, sodass diese Verzeichnisse auch wirklich weg sind. Dann könnt ihr hinterher die Installation nochmal durchführen. Ich habe da ein Video gemacht. Da habe ich das Ganze schon mal erklärt, wie ich das gemacht habe. Wieder auch ein paar Stolpersteine, die ich dabei gehabt habe. Und dann beginnt ihr einfach wieder von vorn mit meinem Skript. Oder wenn ihr es per Hand machen wollt, dann macht es halt per Hand. Und ich habe mir eben so ein Skript gebastelt, was eben diese Migration automatisch durchführt. Ich glaube, das ist auch sehr generisch. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei euch eben auch funktioniert, relativ hoch. Aber wie immer bei diesen Sachen, guckt da bitte vorher ein Skript rein. Ihr führt das mit Root-Rechten aus. Also es kann immer irgendwas schief gehen. Von daher nochmal der Hinweis, macht von eurem System vorher ein Backup. Und im Zweifelsfall spielt das zurück und guckt nochmal nach, an welcher Stelle es gehakt hat. Passt das Skript eventuell an, macht das nochmal. Also vorher lesen, gucken, verstehen und erst dann anwenden. Es gibt auch eine Menge Informationen zum Umzug unter dieser URL. Da wird das halt beschrieben. Und das müsst ihr halt sehr genau lesen. Und an einigen Stellen finde ich die Formulierung auch so ein bisschen, ja, hätte man besser machen können. Also eine wichtige Information zu, mach das mit dem Mailing-Listen-Benutzer. Die kam erst ein Stück zu spät, nachdem ich vorher das schon mit Root-Rechten gemacht hätte. Und ja, all solche Sachen. Also wirklich genau lesen ist da wirklich Pflicht, wenn man es bei Hand machen möchte. Dann nochmal zurück zu meinem Migrations-Skript. Was macht das überhaupt? Es geht jetzt die verschiedenen Mailman 2 Mailboxen durch. Die werden eben in so, ja, also letztendlich jede Mailing-Liste hat ein eigenes Postfach. Und das liegt in einem Verzeichnis drin. Und mein Skript geht die jetzt einzeln durch und extrahierte Informationen wie den Namen von diesen einzelnen Mailboxen. Und das brauchen wir halt, um gleichlautende Mailing-Listen in Mailman 3 anzulegen. Und erst wenn wir die Mailing-Listen in Mailman 3 angelegt haben, dann können wir überhaupt erst die Daten importieren. Unter Daten, die wir importieren können, fallen einmal die Mitglieder. Das sind halt die, ja, E-Mail-Adressen, die Benutzerkonten. Die rollen dazu. Also man kann verschiedene Rollen vergeben. Also Moderatoren kann man eben vergeben. Die können dann halt entscheiden, wenn von außen eine Mail reinkommt, die, ja, vielleicht nicht, ja, gestattet ist. Also natürlich zur Spam-Vermeidung ist sowas halt gedacht. Dann können die halt sagen, diese Mail darf jetzt doch durch. Und, ja, da sind viele verschiedene Einstellungen, die da halt importiert werden können aus dem Mailman 2, die halt so eins zu eins importiert werden können in das Mailman 3. Und wir haben eventuell Archive, also Mailing-Listen-Verläufe aus den letzten x Jahren, die wir vielleicht auch übernehmen wollen. Und anschließend muss man noch so einen Suchindex neu erstellen, damit man über diese neue Web-Oberfläche von dem Mailman 3 auch nach Stichworten in diesem Archiv suchen kann. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal als Skript an. Denn es ist eigentlich relativ kurz. Das ist eigentlich eine feine Sache. Und, ja, man kann eben sehr viel falsch machen an diversen Stellen dabei. Zum einen nochmal der Hinweis zur Dokumentation, die man jetzt schlechter lesen kann als vorher, weil ich sie markiert habe. Guckt da lieber nochmal rein. Also letztendlich orientiert sich meine Anweisung an dieser Dokumentation. Ich habe das eben gescriptet. Und in der ersten Variablen Domain, ja, hole ich mir halt den Domain-Namen. Und der sollte eben dem entsprechen, was die Domain ist, unter der eure jeweilige Mailing-Liste erreichbar ist. Also wir haben zum Beispiel keylux-info at keylux.de und dann sollte dieses Hostname-f keylux.de eben ausspucken und bei eurer Domain natürlich irgendwas anderes. Und wenn das nicht so sein sollte, dass sich das darüber automatisch ermitteln lässt, dann nehmt ihr das hier weg, löscht das, schreibt eure Domain da rein, sodass das halt stimmt. Das nächste ist eine Spezialvariable, die wir brauchen für diese Vorschleife, damit nicht nach einem Leerzeichen getrennt wird, diese Eingabeliste, die da kommt, sondern immer nach einer neuen Zeile. Also wir wollen jetzt zeilenweise unsere Eingabe lesen und dann soll der Schleifendurchgang bei jeder neuen Zeile beginnen und nicht eben bei Leerzeichen. Also wenn wir jetzt sowas haben wie a, b, c und immer ein Leerzeichen dazu, würde normalerweise die Vorschleife machen, eben a, ein Durchgang, b, zweiter Durchgang, c, dritter Durchgang und das soll jetzt eben nach Zeilen, also erste Zeile, zweite Zeile und so weiter laufen. Dann durchläuft meine Vorschleife jetzt in der Variablen mb. Dort wird jedes Mal ein neuer Mailbox-Name reingeschrieben in die Variable und das wird jeweils gefüllt mit hier dem Namen der jeweiligen Mailbox. Mailman2 speichert die unter diesem Verzeichnis und die haben eben die Endung .mbox. Das mbox am Ende, das ist eben wichtig, da sind eben verschiedene Dinge auch noch mit drin und da möchte ich das .mbox eben auch abschneiden und dann habe ich eben wirklich diese sauberen Listennamen, sowas wie hier keylooks-info oder, keine Ahnung, meine tolle Mailing-Liste und wie auch immer diese Dinge halt heißen. Dann setze ich meinen Listennamen zusammen aus dem Mailbox-Namen und der Domain und exakt das hier wird auch ausgegeben und das entspricht eben dem Mailing-Listennamen, den ihr habt, an den ihr eure Mails eben verteilt. Also das schreibt ihr dann hin und dann wird diese Mail eben an alle Teilnehmer von der Mailing-Liste eben auch verteilt, wenn ihr das machen dürft. Da ich dieses ganze Skript normalerweise mit Root-Rechten starte, müsste ich vielleicht nicht unbedingt, ich kann es natürlich auch anders machen, sodass ich das mit dem Benutzer List ausführe und dann kann ich mir einige Sachen hier mit dem Sudo sparen, dann muss ich das ein bisschen anders aufbauen, könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr es machen möchtet, aber mein Skript wird normalerweise mit Root-Rechten aufgerufen und von daher ist das so, wie es ist. Damit wir jetzt unsere Mailing-Liste anlegen können in Mailman 3, benutzen wir das Kommando Mailman, da sind verschiedene Unterkommandos mit drin und dann benutzen wir halt das Kommando Create und dort legen wir unsere neue Mailing-Liste, die genauso heißt wie die alte Mailing-Liste unter Mailman 2, an. Und dann haben wir den nächsten Befehl, Mailman wiederum als Kommando, dann den Befehl dazu, Import 2, 1, also das alte Mailman importieren, Name der Mailing-Liste und das Verzeichnis, wo sich die Konfiguration befindet dazu. Also da stehen irgendwelche ganz tollen Dinge drin, die dieses Import verwendet und dann wird diese Mailing-Liste importiert mit Mitgliedern, Rollen, ja und blockierte E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Dann in einem nächsten Schritt benutzen wir jetzt Mailman Web und da Hyperkitty Import, das ist für dieses Archiv, für diese Archivverwaltung halt zuständig und dort importieren wir mit dieser Zeile hier, da befinden sich wiederum die Informationen von dem alten Archiv von Mailman 2 und in diese Liste rein einfach dieses ganze Archiv, das wird da einmal transferiert, wird da einmal reinkopiert, in das neue Format umgewandelt, sodass das alles klappt und hinterher müssen wir über Mailman Web Update Index One List auch nochmal für diese Liste diesen Suchindex einmal neu erstellen. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, bei mir hat es nicht geklappt, das automatisch da mitzuholen, von daher muss ich das noch einmal anstoßen, damit das klappt. Ja und das ist es letztendlich. Es sieht eigentlich lächerlich einfach aus, wenn man dieses Skript jetzt gesehen hat. Da hinzukommen hat mich relativ viel Zeit gekostet, von daher nehmt es erst mal so, wie es dort ist, macht eventuell kleine Anpassungen da dran, aber versucht nicht so großartig dran rumzuprobieren, wenn ihr keine Notwendigkeit da drin seht. Und mit diesen Informationen und vielleicht ein bisschen Doku da zu lesen, kommt ihr wahrscheinlich relativ schnell durch, Mailman 2 auf Mailman 3 umzuziehen. Ja, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Musik 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 Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freie Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulung an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux Open Source Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt.